Hey ihr da draußen, dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung von Microsoft. Und jetzt viel Spaß! Das Thema von unserem Referat ist, wie ihr schon sehen könnt, Kaiser Karl II. Dazu haben wir einmal ein Plakat vorbereitet. Für dieses tolle Referat bekommt ihr erstmal einen Bonus aufgeschrieben. Ähm, wir haben auch so ein Plakat davor. Tobi, äh, andersrum. Hi! Oh Mann, wir müssen nächste Woche noch ein Referat über das Leben eines YouTubers halten. Und diesmal müssen wir die Mädchen richtig weghauen. Ey, das geht gar nicht, wie die sich momentan so selbst feiern, nur weil die einmal eine Eins im Referat hatten. Aber sowas von! Ich kann die nicht mehr hören! Okay, dann lasst jetzt erstmal eine Gruppe bei WhatsApp erstellen, dann schaut jeder schon mal so im Internet, was es da zum Thema gibt. Ey, zieht euch mal bitte rein, was Lisa mir gerade für eine Sprachnachricht geschickt hat. Und? Ja, aber muss dieses Mal richtig geil werden, also mit Video und so alles. Genau! Mit einer PowerPoint-guten Handouts und einem riesigen Feuerwerk! So sieht's aus, aber streichen wir das Feuerwerk! Musik Hallihabe meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Und ich habe gedacht, ich google mich heute mal selber! Musik Hey! Hallo! Ich habe gesehen, auf deinem YouTube-Kanal steht, dass man dir Fragen stellen kann per Skype. Ja klar, wenn du da fragst, dann schieß einfach los! Wir machen momentan so ein Projekt über YouTuber und hättest du da 5 Minuten Zeit? Ja klar! Du hast nicht zufällig irgendwie morgen so von 8 bis 9 Uhr Zeit? Boah, das müsste ich hinkriegen! Weil dann könnten wir dich live schalten, so bei uns im Unterricht während unseres Vortrags. Ja ne, klar, cool! Boah, super, cool! Musik 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 Hey Leute, mir ist was richtig Blödes passiert. Ich habe eventuell den Stick mit der Präsentation zu Hause liegen lassen. Nein! Verarscht! Hab alles in der Cloud gespeichert. Wer benutzt heute noch USB-Sticks? Musik Wir haben heute eine Prüfung über YouTuber im 21. Jahrhundert. Dazu haben wir auch hier eine Vortrag vorbereitet. Musik Musik So, das war's mit unserer Präsentation. Das war mit Abstand der beste Vortrag, den ich je in meinem Leben gehört habe. Tolles Plakat, tolle PowerPoint, das Skype-Gespräch, alles perfekt. Also dafür kriegt ihr locker ne Eins. Yeah! Bam! Bam! Yeah! Musik Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. In der Infobox findet ihr auch nochmal den Link zum Besserlernportal von Microsoft. Dort seht ihr, warum es sich lohnt, Technik mit in den Unterricht zu nehmen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächsten Dienstag. Tschau! Musik Untertitelung des ZDF, 2020